Hallo Freunde der 140 Zeichen kurzen Erklärungen. Heute zeigen wir euch ein weiteres Spielzeug aus unserer Spielwiese und sie heißt Zappit. Zappen kennt jeder vom Fernseher. Wir haben uns überlegt, das gleiche können wir doch auch mit euren Twix machen. Und zwar zu jeder Erklärung, wo ein Link hinterlegt ist, wisst ihr, da gibt es ein Feld für, zeigen wir euch die entsprechende Website oder die URL im Zappit an. Gucken wir mal, was wir noch so finden hier. Hier sehen wir Krimi 2.0, die Erklärung mit der verlinkten Website. Als nächstes haben wir hier zum Beispiel eine Landingpage. Hier wurde offensichtlich eine SEO-Seite verlinkt, die eine entsprechende weiterführende Information bietet. Probiert es einfach mal selber aus. Mit Zappit kann man ganz viel Nützes und Unnützes Wissen auffinden und interessante Webseiten im Internet. Viel Spaß mit Zappit!